Sind wir uns ehrlich, 2020 kann gerne schnell vorüber sein. Es war ein furchtbares Jahr, aber genau deshalb gibt es jetzt jeden Tag, bis das Jahr zu Ende ist, von uns richtig gute Neuigkeiten. Und heute was verdammt cooles. Etwas, wo ich nicht verstehe, wie das untergehen konnte. Es gibt jetzt Jet-Anzüge für Sanitäterinnen und Sanitäter. Stellt euch das so vor, Rettungskräften wird quasi ein Jetpack übergestülpt und so retten sie Menschen. Fliegend. So in Boba Fett-Manier können sie dann auf hügeliges und schwer zugängliches Gelände zufliegen, um Menschen zu retten. Sau cool. Aber das Hügel ist ein Hügel, das jemand in der Schmerzen ist, in der Schmerzen ist, oder vielleicht deterioriert von. Das war etwas, vielleicht zuerst, wie vielleicht ein bisschen breathless und fühlt sich ein bisschen schmerz. Aber tatsächlich, das Patient ist Sie haben eine Art Attacken. Für unsere Paramedics zu kommen in ein paar Minuten und erkennen, kann das die Unterschiede zwischen Leben und Leben geben. Was wir in der Lake District haben, ist die perfekte Geografie. Wir haben ein Team von Leuten, die die Arbeit tun können. Wir haben die Technologie, die die Arbeit tun können. So, es gibt keine wirkliche Grund, in der Zeit, dass wir nicht die Genos Paramedics nutzen diese Technologie, um die Leben zu schaffen. Das war die Technologie. Das war die Technologie.